Ich bin nicht bereit, ich gehe jetzt wieder raus. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fall Guys. Türenlauf. Ich habe gerade Türkenlauf gelesen. Ich musste gerade erst mal zweimal lesen. Ich denke, was schreiben die für eine Scheiße? Durchbricht Türen. Ach, warte mal, das hatten wir doch eben, oder nicht? Mit den Türen irgendwie? Aber das war das nicht. Meide die falschen Türen und rennend ins Ziel. Ach, du Scheiße. Lass mal die anderen lieber vorlaufen und guck erst mal. Eieiei. Ach so, da fällt mir ein, ich wollte gucken, ob ich die Maus nicht umstecken kann, dass die nicht so empfindlich ist. Kann man das auch mit Controller eigentlich spielen? Das wäre für mich vielleicht einfacher. Nee, kannst du auch. Also, ich bin bei dem chinesischen Typen hier vorne. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich war gemein. Hallo. Ey! Ach so, ich komme da nicht rüber, wenn ich nicht springe. Sag mir das doch einer. Nein! Nein! Och, geh doch mal weg da, Junge. Ey, der hat sich direkt vor meine Füße geworfen, weißt du, damit ich hier nicht durchkomme. Ey! Du Arsch! Hä? Was war das denn? Nein! Nein! Geh weg! Du bist vor mir, geh weg da! Oh, weg da! Leute! Euer Ernst jetzt! Lasst mich in Ruhe! Nein! Ich will auch noch mit! Nein! Wir sind beide ausgeschnitten in letzter Sekunde. Nein! Oder? Aber da stand nur Runde beendet. Da stand jetzt... Wo war ich jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Du warst direkt neben mir! Direkt neben mir, wir sind beide ausgeschieden. Aber ich habe dich nicht... Also, dass da jetzt so ein Häkchen oder so war, ich habe dich nicht sehen können. Also, ich habe dich nicht unterscheiden können jetzt von den anderen. Aber ich bin scheinbar wirklich tot. Sie haben mich ermordet. Also, wir können ja nicht rausgehen. Obwohl ich ein Ziel war! Wieso kann ich nicht rausgehen? Ich kann ja nicht rausgehen. Wieso unterbrichst du gerade diese Theatralik? Weil das keiner hören will. Arschloch. Ich weiß. Ich will nicht aufs Spiel erwarten. Ich will raus. Ihr seid doch alles Loser! Jetzt haben sie Fußball hier drauf. Jetzt bin ich dann irgendwie hier... Werde in deinem Bereich halt. Ach so, da gibt es Gruppen. Ja, das ist mir doch egal, wenn ich eh nie mitspielen darf. Ich weiß. Ich will auch niemanden beobachten, ihr Idioten. Ich will hier raus. So, ja. Ich bin raus. So eine... So... Ich mit dem Dolchensherz. Weißt du, du bist ausgeschieden und wirst gezwungen noch, den Start mitzuerleben. Ich finde das grauenhaft in diesem Spiel, ehrlich. Nils hat ja Destiny gespielt, ne? Und er sagte, das ist so eine Schweinerei, ne? Die haben das ganze Spiel rausgenommen, das, was wir gespielt haben. Wir haben ja schon... Das ist eine Weile, das Destiny 2, ne? Da war es noch auf Blizzard auf der Seite, ne? Und dann ist es ja nach Steam gegangen, weil es den Anbieter gewechselt hat, die Plattform, ne? Und dann haben sie es jetzt so gemacht. Überwinde die mittelalterlichen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Es gibt keinen Modus mehr. Den, den, ähm... Die Kampagnenmodus haben sie weggemacht. Der muss jetzt kaufen. Ja, das kann ich jetzt leider nicht mehr rausschneiden, weil wir jetzt mitten im Spiel sind. Ja, ich kann nicht mehr. Oh, da war ein Loch. Wieso sagt mir keiner, dass da Löcher drin sind? Aua. Aua! Ah! Nein! Achso, das war die rechte... Scheiße! Oh, jetzt habe ich die Taste wiedergefunden. Das wollte ich hier gar nicht mehr. Nein, nein. Spring! 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 Der reagiert aber auch null. Aua. 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 Weiter, geh, weiter, geh, weiter. Ey, du Arschloch! Der hat mich da weggedrückt, der Penner. Hm. Nein! Oh! Nein! Ey, du hast noch nicht mal Zeit, hier aufzustehen. Ist doch scheiße. Na, och. Und dann fängst du wieder von vorne an. Dabei war das der Fehler von dieser scheiß Rolle und nicht von dir. Nein! Oh! Ich dachte schon. Oh, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Da komme ich doch niemals rüber. Ja! Spring! Spring! Ja! Oh! Du warst auch drin, ne? Nee. Hä, du warst doch vor mir. Nee. Ich bin nicht gestartet. Hat nicht funktioniert bei mir. Wie, du bist nicht gestartet? Ich war in dem Scheiß-Eingabemaske vom Discord und deshalb hat er nicht gestartet. Ja, das nennt man Dummheit. Ach, du Scheiße. Will ich wissen, was für Ringe gemeint sind? Oh, au, 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 au! Du bist beschossen. Pass auf, die Platt kommen und dann musst du... Oh, oh! Sag doch, dass... Oh, oh! 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 Geht weg! Geht weg! Nein! Aber du bist klassisch in die Ritze gesprungen. Ja. Das war ein gekonntes Sprung. Das muss man mir erstmal nachmachen. Das sah schon gut aus, ja. Ja. War auf jeden Fall ein Versuch wert. Da habe ich exakt einen Sprung gehabt. In dieses... Teile. Was ist da doch drin? Das sah so aus, als ob du gar nicht dabei warst. Nee, jetzt nicht gerade. Nicht, wo du jetzt drin warst, sondern davor. Ach, das! Oh Gott, nee! Ich war so froh, dass ich das durch hatte. Komm, dann war immer die Gleichen, oder? Ich dachte, das war normal. Beim ersten Mal habe ich das, glaube ich, geschafft. Beim zweiten Mal habe ich voll abgelost, aber... Ja, dann los ich jetzt ab. Ich bin auch noch voran, du schreitest. Ich auch. Hä, wieso Bock? Ey, du Wichser! Wie machen die das? Hast du den gesehen? Ja, aber wie machen die das? Ich verstehe es nicht. Warum können die dich so wegboxen? Wie gesagt, ich mache das die ganze Zeit mit der linken Maustaste. Aber habe ich nur ungefähr 20 Mal erwähnt bisher. Ja, aber es funktioniert nicht. Dann verlangsame ich mich nur, wenn ich das mache. Ja, das ist nun mal der Nebeneffekt. Ja, das... Nein! Ey, wieso bleibt dieses blöde Ding nicht stehen? Was soll das denn? Oh, da ist ja noch einer. Sag das doch. Lauf! Mann, ich sehe dich nicht. Ach, komm. Oh, nein! Oh! 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 Nein! Ey, willst du mich... Boah! Nein! Warum geht der weiter? Nein! Och! Dein Ernst jetzt? Hallo, wo bin ich? Ach, toll, ey. Da bin ich auch gar nicht drauf. Oh! Hallo! Ey, das war doch jetzt verarsche pur, Jürgen. Nein, ich bin runtergegangen wieder. Ich bin so doof, ey. Das war doch jetzt verarsche pur. Oh, der schleudert mich nach hinten, kriegt es aber nicht auf die Kette, mich auf das Ding drauf zu schleudern. Was soll die Scheiße? So. 30 bekommen wir für pauschales Versagen. Ich werde jetzt mal eben gucken, ob ich das Ganze eventuell umstellen kann auf den Controller. Ja, ich brauche mal kurz eine Minute. Registriert. Warte mal. So. Controller funktioniert. Die Frage ist nur, kann ich damit jetzt überhaupt spielen? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen einfach mal eine Runde. Das wird jetzt die absolut geilste, beste und einfach tollste Runde, die die Gameplayerin jemals gespielt hat. Wenn wir Gegner bekommen, heißt das. Natürlich ist es noch schon 33, das geht so schnell. Ja, jetzt kommen direkt 37 auf einmal rein. Ach so, das Spiel startet, sobald wir 40 haben. Okay, mit zwei kannst du es anscheinend doch nicht machen. Nee, nee. Schade. Ich hatte schon Hoffnung. Erglübt. Erglübt. Schon wieder der Tundra-Lauf. Ich hätte jetzt gerne eine Kotztüte, weil ich irgendwie schlechte Erfahrungen mit diesem Lauf habe. Den haben wir doch gerade erst gehabt, ne? Ja, jetzt kommt immer der anscheinend, ich weiß auch nicht, oder fast immer. Am Anfang. Bei der ersten Runde, oder wie meinst du das jetzt? Ja, irgendwie der kommt jetzt fast nur noch. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss, scheiße. Hätte ich vielleicht vor, mal gucken. Oh nein, jetzt vibriert dieses Drecksding auch noch. Wollte mich verarschen? Oh, das war der Sprung. Okay, das war der Sprung. Ja, und ich bin... Okay. ...decker links worden. Nein, ich sehe nicht mehr, wo ich hinlaufe. Oh, ist das scheiße, echt. Nein! Warum ist der da jetzt runtergefallen? Nein, hier wollte ich gar nicht rum, fällt mir gerade auf. Ich bin doch die ganze Zeit rechts rumgegangen. Oh! Was hat der denn gemacht? Ey, der hat mich weggeschleudert. Wie geht das denn? Ja, ich bin drin! Oh, das machen wir mal. Im Fallen, ich bin gefallen. So, ey, 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 ey. Weg da! Pass auf, ihr werdet runtergedingst. Nein! Lass mich hier durch! Schrei doch nicht so! Nein! Jetzt da drauf! Oh, nee, ist das dein Ernst jetzt? Ey, weil dieses Drecksding mich nie rüberwirft, scheide ich ständig aus. Also, der wirft mich rüber, aber irgendwie nicht so, wie er mich werfen sollte. Also, meine neuen Füße haben es gebracht. Ach, du kannst mich mal. Du bist doch auch weiter. Aber es ist irgendwie sauschwer, wirklich mit dem Controller zu spielen, ganz ehrlich. Bist du jetzt weiter oder nicht? Wie soll ich denn weiterkommen, wenn du gesehen hast, wie ich ausgeschieden bin? Schatz, wenn man das Ziel nicht erreicht, heißt das automatisch, dass man ausscheidet. Auch ehrlich. Ja. Ich muss hier aber wieder mit Tastatur spielen. Das war jetzt eine schöne Erfahrung, aber nein, danke. Wie, nein, danke. Weil ich teilweise mich drehen muss vom Schauen her und das schaffe ich nicht mit dem Controller so gut. Außerdem weiß ich gar nicht, welche Tast nicht. Nein, ich hätte da ein bisschen warten müssen, Oma. Stimmt, du bist dann ja direkt ausgeschieden, ne? Hab ich gedacht, trinkst du mal eben einen Schluck, weil du fällt keinen auf. Nein. Bist du schon wieder ausgeschieden hier. Aber ich bin Schneemann, was hab ich jetzt? Kostüm, Schneemann. Deine Hose sieht irgendwie seltsam. Ach, ich hab eine Clownshose an, oder? Guck mal meine Füße an. Ja, die sehen eklig aus, da sind irgendwelche schwarzen Warzen drauf. Nein, das ist den Krallen, damit kann ich mich an dem festkrallen, an anderen. Du bist immer noch nicht bereit. Was ist denn das hier? Was ist denn der Special Effect Kostüm Star Snow Ninja? Was ist das? Hä? Nein. Achso, hier war das drin, genau. Äh, die Hose. Ja gut, die Füße, die du hast, hab ich auch. Aber ich hab sonst noch nichts Schönes in dem Sinne. Was haben wir denn hier? Ach nee, das ist... Hä? Wo sind meine... Doch, die Herzen sind immer noch drauf. Hm. Keine Ahnung. Komme ich hier wieder nicht raus. Ähm. Okay. Ich ahne, Schlimmes. Ich ahne, Schlimmes. Wippen, die Wippen. Das hatten wir noch nicht, das kenne ich nicht. Das sieht aber auch scheiße schwer aus. Ja, das ist wahrscheinlich... Vor allen Dingen weiß ich, wie du mit den Wippen umgehst, ne? Was? Ja, ich weiß noch, wie wir mit den Roboter, damit diese scheiß Wippen drüber mussten, ey. Mein Gott. Ich weiß aber gar nicht, wie ich hier balancieren soll. Ich meine, die anderen, die müssen ja mit dem Film mit balancieren. Ja, genau. Und wenn zu viele auf einer Seite sind, dann... Ich jetzt nicht, ich bin hinter dir. Jetzt nicht mehr. Oh, scheiße. Ach, das war kein Karma. Nein, das war kein Karma. Nein. Oh nein, nein. Ich komme hier gar nicht mehr. Ach, ich bin... Ich bin... Zumindest mit so einer Wippe bin ich rüber. Nein. Nein. Bring doch mal. Oh, du bist vor mir. Geh weg da. Ey, oh, danke. Huh. Toll. Nein, ich fange jetzt nicht von vorne wieder an, oder? Ne, nicht ganz... Ey, du Arschloch. Geht der mich denn hier weggeboxt? Hä? Da, 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 da. Da ist der Wippe. Nein. Hä, ich fange ja da ganz vorne wieder an. Ach, komm. Ja, ich bin raus. Oh, jetzt fange ich wieder vorne an. Das ist doch scheiße. Nein. Oh, ey. Wieso ist sie denn auf einmal so weit weg, wenn du gesprungen bist? Oh, da ist ja gar keiner mehr mit drauf. Nein. Leute. Ihr Blödmänner, lasst mich da mal mit drauf. Nein. 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 Ey, das ist nicht dein Ernst. Ja, jetzt kann ich abwarten, überhaupt irgendwas zu machen, weil die Wippen nicht hochgehen. Toll. Nein. Oh Mann. Ja, ich bin tot. Tut. Oh, lauf, 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 lauf. Kentucky Fried Chicken. Oh, komm, 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 komm. Ach, du bist, du bist ja noch da, du bist hier. Ey, dieser Saft sagt, weißt du? Oh, ich bin tot, sagt er, weißt du? Nein, warum rutsche ich jetzt runter? Ich bin durch die Lücke gefallen. Ja, und ich bin rückwärts runtergerutscht. Was soll die Scheiße? Das dumme Hühnchen läuft mir die ganze Zeit vor der Nase rum hier. Nein, nicht schon wieder, komm, lauf, lauf. Ach ja. Da fehlt eh nur noch einer jetzt. Ja, das ist wieder ausgeschehen. Hä? Und Tschüss. Vielleicht brauchen wir jemanden, der uns anleitet. Ich habe den Schneemann bekommen. Meinst du nicht? Äh, hast du doch, den habe ich auch bekommen, aber wieso? Was meinst du, wer uns anleitet? Meinst du, das ist dann besser? Weiß ich nicht, aber vielleicht könnte man uns ein paar Tipps geben. Ich kack hier nur noch ab. Wie greifen? Wieso kann man greifen? Man kann greifen. Ist doch das, was ich immer mache, um die Leute zurückzuringen. Das geht aber mit Shift und nicht mit... Ähm, nee. Ich kann es nur mit der linken Maustaste. Shift ist auch irgendwas, aber... Kann sein, dass du mit Shift vielleicht die Türen greifen kannst, so, um die aufzustoßen. Ja, musst du wissen, ob du lieber so weiterspielst, oder... Ja, ich habe... Wie, was wolltest du jetzt machen? Ich habe doch gerade... Achso, der ist rausgegangen. Ja, du bist ja nicht... Ich bin gerade... Wooh-hooo! Ja, du bist ja nicht so weiterspielst, oder? Ja, du bist ja nicht so weiterspielst. Wem schreibst du denn den ganzen Abend? Ich schreibe nur Nils, habe ich was geschrieben. Und ich schreibe nicht den ganzen Abend. Seid ihr hier rumheckt, bist du gerade. Will der mitspielen? Nee, er hat das Spiel nicht. Ja, vielleicht findet der es ja gut oder so. Und will doch mitspielen, weiß man ja nicht. Ist ihm zu teuer. Schwindelnde Höhlen, das hatten wir aber auch schon. Ich befürchte, dass wir alles schon gehabt haben. Das ist noch beschissener als die Wippen, würde ich sagen. Ich glaube, richtig beschissen sind diese Kreise, wo ich nicht dabei war, dieses eine. Weil das, fand ich, sah richtig schwierig aus. Kreise? Wo sie durchspringen muss. Ja, wo sie durchspringen muss. Ach so, ja, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm wie diese Scheißkreise hier da. Ja, das ist schlimmer. Immerhin bin ich auf den mittleren blauen drauf gekommen, beim letzten Mal. Ach, das kann man machen. Man kann die festhalten und kann die Leute damit... Boah, spring da bloß nicht drauf. Huch, du bist das. Ach nee, das war das gar nicht hier. Das war was anderes, was ich meine. Oh, geh doch weg! Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die hier oben rumhüpfen. Ah! Hüpf! Hüpf! Nein! Nein! Lauf ich halt hier rum. Oh, das war doch das. Nein, doch mal jedes Mal, ey. Ja! Ja! Nein! Was war das? Hä? Nein! Ich dachte, ich kann mich daran vorbeimogeln. Ja! 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 Aua! Ich hätte nochmal springen müssen, ey. Ja, das war's. Ja, genau. Feuer mich einfach mal über die ganze Map, ey. Hm. Bisschen weiter, ja, ne? Nein! Dann geh ich raus. Natürlich bist du weiter gekommen. Habe ich da drin jetzt andere Klamotten an? Das sah so anders aus. Und der Winner ist Rollfeld. Scheiße. Aber irgendwie ist es beim zweiten Anschein immer so ein Rollfeld dabei. Ne, nicht immer, aber sehr oft halt, ne? Oh Gott. Du darfst auch keinen Fehler machen. Das ist richtig... Oh! Was mache ich denn? Ach, die Scheiße war das. Oh! Oh! Nein! Lass mich da durch! Oh! Nein! Du Arschloch! Da war einer mit einer Sonnenblume. 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 Vielen Dank.